Die Entertainer können sogar aus Hip-Hop noch gute Musik machen. Erzähl mal was. Wie, was soll man denn jetzt erzählen? Das nimmt doch nicht auf, oder? Doch, aber man sieht nichts. Es ist nur schwarz leider. Okay, ich sag' euch jetzt mal was. Vier talentierte Entertainer können sogar aus Hip-Hop gute Musik machen. Cool. Jo, und ich möchte meinen, dass wir hier die einzigen Medien sind, die hier es gibt. Und, äh, die hier es gibt. Und, äh, ich hoffe... Man beachtet die Grammatik. Grammatik ist undig.